Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Partie Chasen auf der Switch. Den letzten Boss haben wir besiegt und jetzt haben wir hier hinten unseren Eingang gefunden, da gehen wir mal rein. Wollen wir wahrscheinlich wieder zurück zur... Okay, noch nicht, da wo es hinführt. Okay, mir gefällt es mir jetzt gut. Ah, da ist der Professor. Und der lässt uns den Fluchtweg. Cool, ja. Den Fluchtweg gerade eben. Oh, der schluck. Da kommen wir definitiv nicht hoch. So, sagen wir mal, das Mikrofon ist gerade ein bisschen verrutscht hier. So, jetzt sollte es besser sein. Ähm, ja, gucken wir mal. Weiter geht's. Hier. Ich spiele das Ganze mit dem Steuerkreuz, weil das irgendwie einfacher ist. Nein, beziehungsweise präziser. Ah! Oh nein! Okay, sechs Schläge brauche ich für die. Okay, dann will ich ihn hier in die Enge treiben lassen. Oh nein! Oh nein! Das müssen wir anders erledigen, irgendwie. Okay, wir gehen. Okay, wir gehen raus! Oh! Okay, wir gehen raus. Oh! Das ist ein Boot und ein Klauverspruch. So, ein Wimmchen, ein Bein. Was? Spike Gloss. Press again the ledge while falling to grab it. Okay, damit können wir wahrscheinlich die Wände hochkommen. Ah, guck mal, okay. Perfekt. Natürlich cool. Wir kommen wahrscheinlich auch da weiter, wo der Professor gerade eben es zerstört hatte. Guck mal. Guck mal, sind wir genau in der Ecke? Jetzt kommen wir hier weiter auf jeden Fall. Ohne, Achtung durch die andere Seite beschreibt. Hier oben drauf, okay. So, hier ist er, ich probate, man kann hören, okay. Okay, hier ist ein anderer Weg. Das ist klar. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich gucke mich mal runter. Ah, okay. Verschiedene Wege. Okay. Aber den Weg gehen wir jetzt nicht. Wir wollen ja gucken, wo wir landen mit den anderen. So, gut zu wissen, aber. Oh, kann das sein? Das ist nicht. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Okay. Einmal. Das ist ein bisschen fisch. Oh, shit. Dummes ist sich da. Hier, vielleicht ein bisschen was essen hier. Ok, das letzte Mal war ein kritischer, ne, deswegen wahrscheinlich. Ah, sicher, sicher, ein bisschen Ausstatt halten. Das Fähre ist ein Schocktagspiel, denke ich, ein bisschen, ne? Ah, Mist. Ok, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Schichter. Ok, gut. Sehr gut. Oh, ja, viele Zappel. Viele, viele Zappel. Viele, viele Zappel. Ok, jetzt mal hier runter. Ok, das ist ganz schön tief. Ich verliere kein Leben beim Sturz, glaube ich zumindest. Ah, da ist jemand über den Franken. Sehr gut. Hallo, ich bin Ash und ich bin einer von den Arbeitern hier. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich glaube, die Minen werden eine Zeit lang out of order sein. Ach gut. Aber glücklicherweise habe ich gelernt, ähm, ja, Getränke zu brauchen. Das könnte eine Chance sein, meine Talente weiter zu fördern. Ich geh zurück in die Gaststube und fang an. Wier mich auch hin und können Getränke bei dir kaufen. Gute Ash. Oh nein, ah, 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 komm raus. Es gibt's doch keine. Also, was nehmen wir hier? Apfel. Und permanently increase the random attribute point. Ok, lass uns das mal nutzen. Das Clip wurde erhöht, ok. Rot gibt mir 20. Ok. Das gibt mir 21. Das wäre wieder fast voll. Oh! Das ist so ein Ding, was mit dieser rauskommt. Ok. Boah, hier was ist das denn? Eine Axt! Hey! Eine Hellbade! Ah, ok. Wo sollen wir die Maus rüsten? Wollen wir die andere Hand machen? Ne, geht nicht. Oder auf diese, ne? Okay, das ist der. 20, 12. Natürlich besser, ne? Dann haben wir die. Ja, guck mal. Ja, cool. Ein bisschen nach oben. Das ist ganz lässig, dass wir jetzt schon ein Feature haben, das wir nutzen können, um andere Bereiche zu erkunden. Was ist das denn? Ein, das dürfte schon weit, ne? Was ist hier los? Ok, der ist nicht nur ein Feature, oder man muss auch noch mehr auskommen. Alter, wie viele Viecher waren da drin? Aber Level Up! Sehr gut. Das ist gut, das ist gut. Die haut ein bisschen mehr rein, ne? Der ist ein Zombie. Aha, da, vier Schläge drin. Boah, nicht schlecht. Okay. Kannst du ein Buch? Man kriegt bestimmt irgendwann was, dass man sich hier durchrollen kann oder sowas. Behaupte ich mal. Weiß natürlich nicht. Der letzte Tag der Liner und der King-A-Wars. Ich lese die Geschichte nicht durch. Ich glaube, das war etwas für Atmosphäre vielleicht. Aber... Doch, hat ja was zu dreckig. Ah, okay. Schnell sind wir nicht. Und wieder? Boah. Ich erwisch mal vorher. Wo sind die Fliegen im Sekt? Schwierig. Nein! Aber gut. Nein! 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 Wir haben das schon Leben verloren. Aber, naja. Schwund ist überall. Wir können darüber gehen, aber wir gehen erstmal hier rein. Ach, mal noch nicht holen. Hier? Ein langes Schwert. Okay. Mal gucken, wie das Schwert ist. Vom Equipment-Style her. Oh, es geht eine runter. Aber ich glaube, ein Schwert kann mir schon schneller zuhauen. Ja, das ist schon besser. Und es ist besser. Und es ist besser. Und es ist besser. Jetzt sind wir natürlich alle wieder da, die wir haben. Was so schade ist, aber auch nicht schlimm. Und es ist besser. Was machen wir hier? Ah, speichern. Sehr gut. Mal kurz gespeichert? Yes. Das fangen wir zumindest wieder hier an. Das ist schon mal super. Oh. Hier mischen. Hier mischen. Oh nein. Gefallen. Da. Und was geht dann? Oh nein. Oh ja. Oh ja. Okay. Ich hab's dabei. Und das jetzt versucht. Hallo. Okay, das Schwert ist echt besser. Okay, das Schwert ist echt besser. Okay. So. Wir holen mal rüber auf die andere Seite. So, warte mal. Wo wir das machen, geht ja lieber mal runter. Man weiß ja nie. Jetzt machen wir auch was cooles im Deck unten. Guck mal. Links. Wir wollen die Karte angucken. Ah, es gibt hier schon irgendwas cooles hier oben. Ah, okay. Hier ist es besser als unser jetziger. Die Fans 4. Äh, ne, ne. So viel besser ist es jetzt auch nicht. Danke. Ich habe noch was gefunden. So gut. So viel Leben. So viel Leben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ich bin so dumm. Oh nein. Komm her. Ich muss hier fertig. Ich habe viel Leben verloren, weil ich dieses Blöde... Ich habe noch etwas zufordern. Käse. Ja, da gab es schon ein bisschen Leben. Ja, und das ist alles. Oh nein. Ganz brechen. Würde sich. Ja, guck mal. Nein. Ich habe aufgestimmt im Leben. Das ähnlich. Sie hintendaterama. Sie ist wirklich aufgeregt. Wenn man sich wirklich aufgeregt. Dasliga- Umso mehr. Aufgeregt. Ich habe� especiales darum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.